Hey, Kinder! Hört auf, Steine vom Berg runter zu schmeißen! Mein Nest ist hier unten. Entschuldigung. Ach, hat sowieso keinen Spaß gemacht. Job, job, job! Überhaupt keinen Spaß. Langeweiliglich. Tja, und was machen wir jetzt? Ich weiß was, ich weiß was. Wir können doch einfach zur Spielwiese gehen und Angriff an Schafzahn spielen. Kommt nicht in Frage. Nicht, wenn ich schon wieder Schafzahn sein muss. Hey, ich weiß, Spike, auch guter Schafzahn. Au ja, au ja, Spike! Einverstanden, Spike? Bitte! Also dann, angefangt! Hurra! Na toll, dann gehen wir! Job, job, job! Wir gehen zur Spielwiese! Wui! Wartet! Wartet, Freunde! Was ist? Die Spielwiese ist auf der anderen Seite vom Moddersumpf. Na und? Na ja, meine Großeltern wollen nicht, dass ich auch nur in die Nähe von dem Moddersumpf gehe. Sehr richtig. Moddersumpf gefährlich. Ja, das ist er. Das ist er. Ach, ihr traut euch doch bloß nicht. Ich laufe über den Moddersumpf mit geschlossenen Augen. Was? Richtig zugeschließt? Was? Ohne zu gucken, wo sie hintritt? Hey, ist lustiglich. Petri versucht auch. Hey, kommt ihr Feiglinge nun oder nicht? Was ist? Kommst du auch, Reddelford? Oh, äh, na ja, ähm, gut, ich komm auf! Nichts wie ich! Jetzt mit Flüttemberg! Ja, lustiglich! Hahaha! Der Moddersumpf! Oh, warte, wie kommen wir da bloß rüber? Hm. Äh, in dieser Brühe kann ich nicht schwimmen. Oh nein, 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 nein! Petri rüberfliegt! Petri, wir haben aber keine Flügel. Nein, 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 wir können nicht fliegen. Oh! Ach, mein kleiner Petri. Mein Vater springt einfach von Stein zu Stein. Na klar, dein Vater hat ja auch längere Beine als wir. Ach was, das kann ich schon lange. Seht her! Huh! Na bitte! Hilfe, hilf! Sarah! Wir helfen dir! Oh! Wartet auf Petri! Hilfe! Ich hab dich, Sarah! Ja, ja, ich hab dich! Halt dich fest! Hilfe! Hilfe! Halt fest, Littlefoot! Zieh, zieh! Oh nein, nein! Was soll ich machen? Petri Hilfe holen! Aber nein, wir dürfen nicht niemals hier sein! Hurra! Der Spike! Hä? Hast du sie, Spike? Du schaffa'n es! Ich helfen! Ich helfen! Ich starker Petri! Äh! 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 Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh! Ja! Äh! Tja! Petri! Ducky! Littlefoot! Nicht aufgeben, Ducky! Wir haben es geschafft! Littlefoot! Littlefoot! Ja! Wir haben es geschafft! Oh! 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 Das ist ein Kind. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020